und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt den dlc fern vom rock drücken auch mal direkt auf processen dass wir ja genau wie zocken dass wir haben in der letzten folge angefangen damit ist ein bisschen fertig zu machen und heute machen wir mal weiter damit ja genau die uhrzeit hat eine schnappszahl so nicht wunder warum das so dunkel ist das liegt daran dass die einstellung ein bisschen reduziert hat was ja auch irgendwie nix unbedingt jetzt so hängen und ich bin gerade aktuell dabei auf jeden fall neues mit zu kaufen muss glaube ich hier ja neuen pc zu kaufen dauert leider noch ein bisschen so eine lieferschmutzung jord gerne streichen mit den farben schwarz dann mache ich das hier schwarz und das hier in grün ich frage mich wer grün haben will weil das sieht scheiße aus aber egal kann uns ja nicht interessieren weil wir hier nicht wohnen aber ich würde echt nie in meinem zimmer grün streichen mag grün nicht so also ich mag von der farbe grün ist ja nur eine farbe und also klar mag ich die farbe aber ich meine jetzt zum streichen mag ich die grün sieht nicht so richtig also ich will halt ja ich lebe halt oder ich möchte sehr modern leben grün können natürlich auch modern sein so bei einem oder anderen aber für mich ist nicht modern deswegen ja genau das ist alles okay so und jetzt grün hat er sogar ein pool ich glaube den müssen wir auch irgendwie reinigen oder sowas keine ahnung so aufm wird hier einmal so okay die ist ja auch noch ein raum ja aber wir machen erst mal den hier so dann kaufen wir doch immer ein bett das stellen wir jetzt ist das bett weg weil das körper hinstellen mensch alle wir könnten das aber auch hier hinstellen so kann jeder reingucken wenn wir hier pennen nachttisch so 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 boot kronleuchter da ein hin und hier ein hin was soll das sein so ach du heilig ist das riesig auch denn so einen großen schrank jetzt mal ehrlich so 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 Pflanzenpflanze. Könnten wir hier schon reinstellen. Keine Ahnung, was da eigentlich hin soll. So, hier kommt ein Lichtschalter hin und hier. So, dann hier noch ein schönes Foto, wobei jetzt das weg ist. Können wir hier das hinstellen. So, bei Bett. Und hier noch ein Fernseher hin. Keine Ahnung, warum man auch noch einen Fernseher im Schlafzimmer braucht. Aber man hat es dann einfach. So, ich habe hier noch ein schönes Foto an die Wand. So, unten noch ein. Also wenn man nicht schon zwei hat, wenn man nicht nur schon einen hat, warum dann nicht zwei. So. Hier kann das jetzt sein. So. Okay, dann haben wir das ja auch fertig. Dann gehen wir hier mal rein. So. Einige die Verschmutzung. Ja, hier ist Schmutz. Da oben und hier oben. So. Ohne fließen. So. Zack und zack. So. Ein Kronleuchter. Der kommt hier schön in den Mittel. So. Das ist, glaube ich, ein begehbarer Kreiderschrank. Zumindest soll das einer sein. So. So. Interessant. Junge, wie viele Ecklinger braucht man denn noch hier? So. Zack. Ja, sieht interessant aus. Weiß gar nicht. Eins. Vier. So. Ach, man kann es sogar öffnen. Es ist in True Assault. So. Und dann hier noch. Oh. Dann hier noch ein. So. Dann noch irgendwie eine Doppeltür. Die kommt, glaube ich, hier hin. So. Dann Lichtschalter. Kommt da hin. So. Was auch immer das sein soll, ist, glaube ich, ein Spiegel oder so. Aber das passt hier halt nirgendwo ein. Hä? Spiegelmodul. Ah, hier passt der hin. Mann, der war doch gerade grün. So. Nö. Auch noch zwei davon. Ja, wie sollen wir da hinpassen? Okay, so. Machen wir ja erstmal hier weiter. Warte, ob man das sein soll. Ich packe es einfach mal da hin. Dann noch so ein komisches Kissen. Das kommt da hin. Und dann hier nochmal so ein Kackspiel. Wenn man mehr braucht. Das passt nur nirgendwo hin. Das ist das Problem. Mann, das ist doch scheiße. Kann ich das hier irgendwo hinbauen? Nö. Warte mal. Kommen Sie mal hier eben kurz raus. Platzieren. So. Ich kann das aber auch nirgendwo platzieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Ah, hier war gerade grün. Das grün. Wie weit ist das grün? Hier so. Kommt dieses Kackdrecksteil hier wieder rein. So. Ja. Alle Aufgaben wurden erfüllt. 100% erreicht. Gute Arbeit, Flipper. Warne dir hier deinen Weg an die Spitze. Yachts, Lofts, Industriehallen. Neue Räume bedeuten neue Möglichkeiten. Wer wende Inspirationsbretter, um uns, um es erlesenen, geschmälkern recht zu machen. Vergiss nicht. Diese Leute sind die Elite. Vielleicht wirst du Familien Erbstücke restaurieren. All das und weitere edle Aufträge im Lyxe wie DLC. In diesem Ruh präsentieren, präsentieren, neue Funktionen sind nur im DLC verliebt. Okay. Habe ich verstanden. Aber ich frage nicht, warum ich, oder wieso ich diesen komischen DLC habe. Da steht Demo-DLC. Egal. Also es hat, glaube ich, jeder. Wenn nicht hier bin ich, frag mich warum. Oha. Aber ja. Sehr interessant. Okay, jetzt fertig. So, können wir hier mal kurz gucken. Ah ja, jetzt ist es fertig. Okay, Leute. Ich würde ja jetzt schon mit dem nächsten DLC anfangen, weil das Problem nur ist, das wie ich jetzt nur noch 10 Minuten, also das Video ist schon bei 10 Minuten und ich will nicht über 15 Minuten kommen. Ja, bei manchen Videos ist das so. Aber ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ist ein sehr kurzes Video gewesen, aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne mal ein Liken, einen Kommentar da. Schaut aus dem auf meinen Discord-Service vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort die 300 Abonnenten voll, äh, Member voll machen würdet. Ähm, ja. Schaut auch bei meinem Spiel vorbei. Ist alles im Discord-Server. Schaut dann mal gerne vorbei, wenn ihr mehr über mein Unternehmen wissen wollt. Ja, habt einen traumhaften Tag. Achso, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt habt einen schönen Tag. Euer Asano. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.